hey leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen video von mir so tschüss das kürzeste video ja wir sind jetzt hier bei lidl und wollen mal gucken wird nachdem ich beim letzten mal es gibt irgendwie diese cashewkerne nicht mehr diese sour cream oder wie heißen die ich sage immer so cream dazu so cream hört es ja viel besser an als sour cream was soll das heißen wir haben uns ausgelacht haben wie sagt er denn so also mal ganz kurz sour cream sour cream was fühlt sich besser so cream also wir holen uns jetzt cashewkerne so cream oder hoffen dass es die hier gibt weil das die ja irgendwie scheinbar nicht mehr gibt das gibt es immer mit gesalzenen und gewürzten und so cream so in seinem dreierpack und die sind immer alle weg ja mal gucken ach so ich muss ja mal mundschutz aufsetzen das ist ein kompliziert den aufzusetzen weil es hier das ding hat ja auch augen die augen die will ich ja frei haben deswegen muss ich immer gucken wie das hier so passt auch mit der nase muss das hier mit der spitze ja genau genau so dann gehen wir mal rein willst du nicht mitkommen ich habe kein geld du ich wollte gar nicht lachen entschuldigung das ist nichts mir ist auch gar nicht zum lachen zumute ich glaube hier ist kein geld drin so schauen wir mal was wir da finden das gleiche ich gehe in den krieg das ist ja nur eine krankheit oder so also mal schauen ob die das haben was ich brauche so leute gestern waren wir in so einem anderen lidl die sind ja zum glück gleich aufgebaut und da sind ja schon aber keine sauer cream das ist denn das bloß eine pleite schon wieder nichts ich habe auch mal gefragt und die weiß aber auch nichts und ach ja und alle mit mundschutz und dass die sich gar nicht komisch vorkommen das scheint irgendwie normale normalität zu sein irgendwie die neue normalität nein so dann gucken wir mal in den nächsten lidl und schutz runter hier mit den ganzen viren dran also ich denke ja da sind keine werden ich wäre auch ohne den mundschutz da reingegangen okay anderes thema wir fahren jetzt weiter zum nächsten lidl und wir müssen auch heute noch was ganz großes abholen eine riesen paket abholen aber ich weiß nicht wie lange haben den auf das ist flex fahren wir da ist mal hin und zum postfach waren auch noch nächstes meine das war nicht tief genommen und jetzt ist erst mal hier briefstunde also ich habe die aus dem postfach die bliefe geholt und schnuck hier mal ein vorlesen das kann ich zu lesen drin okay es kommen nur umschläge auch praktisch da müssen wir nicht so viel lesen ich kann ja sowieso nicht so gut lesen also wegen den augen ich brauche schon eine lesebrille bei ich glaube ich das nicht da philipp also philipp falls du guckst hier dein brief ist nicht dabei dann fragt mich schon die ganze zeit warte da warte da warte da okay man macht jetzt doch noch mal die frau der war gar kein absender was der finde philipp du bist doch mit dabei so gut denn ist vor was hat er geschrieben wir wollen wissen was die geschrieben haben kommen geschrieben davor gelesen werde ich heiße philipp bin 13 jahre alt ich muss euch sagen also er hat schon letzte woche uns ein brief geschickt und autogrammkarte bekommen ich habe schon mal von euch eine karte bekommen ich habe die die habe ich allen gezeigt und die wollten jetzt auch eine haben darum wollte ich mal fragen ob ich noch einige autogrammkarten bekomme ich bräuchte zweimal von max einmal von es aber von maria von adrian einmal typ ich komme mit der kamera nicht weiter rüber wenn man nicht lang genug ist kamera fahrt wieder von vorne also das war schon ja okay philipp wir schicken dir irgendwas los oder ich habe ja von mir also ich glaube so was wir werden jetzt noch mal schnell das ganz große paket abholen dass wir ja noch abholen müssen ja gerade eben wollte ich hier in die post rein also das muss man dazu sagen dass man geht da so rein und dann geht man nicht so richtig rein sondern es so vorher in so einem anderen bereich wo die postfächer sind ja dann musste ich da auch wieder denn ich dachte ich konnte einfach super da ist gar kein mensch niemand ist da und ich wollte nur kurz zum postfach da aufschließen rausnehmen raus keiner da die menschen den mundschutz auch nicht mal er war ja freundlichen hat das freundlich gesagt ich verstehe das irgendwo ein wachposten einfach man es okay wir fahren jetzt weiter so hier müssen wir hin marie hat irgendwie keinen bock auszusteigen ich weiß gar nicht was mit ihr los ist ja schnucki was nix abschließen aussteigen nein das ist denn warum willst du nicht mehr wenig verstehen so also da geht es jetzt hin und da hole ich was richtig geiles für unser auto das hat uns eigentlich noch gefehlt hier zu unserem glück mal gucken ja so leute ich habe das ding jetzt hier rausgeschleppt und hier ist es das ist ja kann man schon erkennen hier kommen fahrräder rauf vier stück ich hatte ja zuerst überlegt nur marie und ich und aber wir haben ja auch noch zwei kinder von denen also max wahrscheinlich nicht mit will chris sie wahrscheinlich auch nicht aber es und vielleicht dann max doch doch also vier stück sind schon ich hoffe das reicht bin ja nachher gespannt wie man das ding da drauf setzt und dass das dann nicht hier so runter kippt aber das wird schon halten so jetzt geht es weiter und auf in den nächsten die du möchtest du nicht mitkommen ich warte was war das für immer auf dich und hier ist schon wieder eine leere runde hier sind nur noch so ein paar reste von gewürzt und gesalzen und das war's so letzter versuch jetzt also wir werden noch einen lidl anfahren und dann ist schloss dann gebe ich auf es gibt ja auch noch gesalzene weil die schmecken halt nicht so gut überhaupt hier so einen aufwand zu betreiben ich darf mich hier fahren und kameran dann bist du mal dankeschön so gucken wir mal 1,5 kilometer das ziel befindet 1,5 kilometer also wir gucken gleich noch mal raus hier hängen die masken zum lüften so es hat sich gelohnt das sind die richtigen zur cream die nehme ich jetzt alle mit endlich endlich ich habe sie gefunden und jetzt noch mal nach konzern da werden wir sicherlich auch noch welche finden oder nach hause mal gucken was marie gleich sagt alter schwede und diese masken das ist doch der letzte schiss man muss da wirklich drunter sitzen man schwitzt da drunter man kriegt keine luft man atmet sein ganzes ausgeatmet ist das atmet man wieder ein boah das ist mit hundertprozentiger sicherheit auf keinen fall gesund virus hin oder her ich habe den schatz gefunden guck es dir an gold wo fahren wir jetzt hin wo ist der nächste lidl ich hab's mir doch gedacht und der nächste lidl ist dran wir gucken ob wir hier jetzt auch noch ein paar dosen finden ich habe ja neun stück eben gekriegt vielleicht finden ja noch ein habe ich zehn voll vielleicht auch noch elf habe ich 20 voll oder vielleicht noch 21 dann habe ich 30 voll und mein schnucki ist auch mit und dann gehen wir jetzt auch vielleicht ein bisschen größer einkaufen noch ein bisschen selta nehmen wir warte mal das sind die richtigen medium zwei stück das war es mit cashews also hier gab es am allerwenigsten und jetzt hast du hier noch was geholt und noch ein bisschen klopapier und wir haben uns hier noch was anderes cooles geholt und zwar ein zelt in tarn grün und alles eingeräumt hier und ich wollte noch mal ganz schnell was erzählen ich habe nämlich vorhin gerade irgend so ein bericht von den ärzten wieder geguckt wegen corona natürlich sorry das jetzt hier kurz noch was kommt aber es war total genial es liegt nämlich daran dass wirklich irgendwie blutgerinnsel entstehen also teilweise alle haben irgendwie blut alle haben irgendwie lungenembolie und das sind ja blutgerinnsel und dann kam da so ein vergleich mit der neandertaler dna das war mal interessant das heißt also wer irgendwie besonders viel neandertaler dna hat der hat auch blut das schneller ne das nicht so ne das schneller gerinnt also dickeres blut und wer dickeres blut hat der neigt ja dann sowieso schon mal dazu dass es verstopft das blut ja die neandertaler also das fand ich mal richtig interessant man könnte jetzt ja sagen so verschwörungstheorie die ganzen neandertaler sind doch schon längst ausgestorben ne sind die nicht die der verschwörer ne das stimmt wirklich also die sind nicht ausgestorben sondern die haben sich mit dem modernen menschen vermischt und alle also wir haben unterschiedlich viel neandertaler dna vielleicht hängt das damit zusammen wir haben mal eine ganz krasse neue sichtweise so es reicht jetzt kurz noch nachtrag zur neandertaler dna das ist ja evolutionär dass ein neandertaler früher die waren ja viel im wald und mussten viel jagen und so und die hatten halt auch viele verletzungen und deswegen mussten die dann auch schnell ihre wunden heilen sozusagen und deswegen hatten die dieses andere blut und wir sind wieder zu hause und ich kann jetzt direkt den schatz der schätze hier das ist ja unglaublich dass man von diesen dingern überhaupt nicht richtig was kriegt in jedem paket sind irgendwie so gefühlt 100 cashew dosen drinne und grüne zur creme kommen jetzt nicht mit sauer creme wie hört sich das an sauer kann die zitrone ist doch nicht sauer zur creme ist so bei mir jedenfalls können wir heute also zur creme jetzt haben wir hier jede menge zur creme und das sind diese normalen gesalzen dann aber da muss ich mal kurz was gucken und und zwar bei den gesalzenen wie viel salz die haben völlig unwichtig jetzt hier alle sagen so her ist doch scheißegal hauptsache das schmeckt irgendwie salz brille 1 gramm und sauer creme 0,76 schmecken besser haben weniger salz dadurch gesünder so kamera aus so großer jetzt kommen wir zu dir ich habe hier eine überraschung für dich was sagst du dazu dein eigenes zelt und hier ist es dein brandneues zelt also eben gerade waren wir bei den live kaufen da habe ich das gesehen und dachte ich so wie cool ist das dann ja zeig mal dann kannst du sehen auf der anderen seite wie das zusammenbaust da ja das ist ein zwei mann zelt hier kann man sehen zwei mann und das so wie hier zwei meter wassersäule wassersäule bedeutet sowas hätte ich das zwei meter ist nicht ganz so richtig gut aber es geht mit gleich aufbauen hier im wohnzimmer sag bescheid ich guck zu hey weißt du was du kannst ja heute direkt heute abend 24 stunden im feld sein oder eine nacht was sagst du dazu nichts geworden und papa ist gerade arbeiten aber es jetzt nichts geworden ist werde ich ihn einmal überraschen also wir haben alle tierischen hunger schon und wir überraschen papa mal einmal mit einem ganz einfachen essen was auch ein kleines kind kochen kann noch wie viel haben wir zur auswahl werden schon was davon gegessen das war mal bei mir auf dem kanal das war super lecker wir haben hier lendenbraten auf rahm was gibt es dann aber gibt es da noch reis dazu vielleicht kann man sogar glutenfrei noch mehr soll ist das gleiche dann oder diese chicken wings haben wir auch gegessen die waren auch super lecker okay also für welches gericht wollen wir beides probieren vielleicht ist alles was wir haben dass wir machen wir schon mal reis und was ist das hier oder ich würde gerne das auch probieren wir machen beides ja das sind wie viele portionen dann man braucht nur drei bis fünf minuten das reicht wohl noch für uns drei also töpfe raus erst an die töpfe also wir braten jetzt den reis einmal an weil eigentlich sehr schön fertig normalerweise könnte man jetzt einfach warm wasser oder in dem mikro überlegen nachdem wer was hat einfach mal rein und wir braten den an weil er nämlich so viel leckerer schmeckt und jetzt muss noch immer ich auch nicht da wir brauchen wir waren top wohl noch am ende die form annehmen das weiß ich gar nicht ehrlich gesagt wir gucken gleich mal das ist schon mal lecker aus nach also mit soße auf jeden fall am besten dass wir nehmen topf jetzt geben wir das ganze einmal rein vorsichtig vorsichtig da ist schon mal ein fleischstück und auch ein fleischstück ja gut jetzt müsste das einmal aufwärmen war das mit den chicken wings auch so chicken wings haben wir im backofen gemacht tatsächlich die waren eigentlich auch schon fertig soweit und die hatten wir im backofen einmal einfach aufgebacken noch mal aufgewärmt also es riecht schon mal ganz lecker gelbsack gut also wir rühren uns einfach mal kurz mal um und das ist doch drei stücke fleisch guck mal für drei leute noch so noch so eine packung noch eine ja ja gut aber ich würde auch ganz gerne diese rinder oder probieren muss jährlich gestehen kann man mal gucken gleich drei stücke fleisch zu wenig nach die machen oben was für sich ist es komplett aufgehört hast du aufgemacht komplett ja tatsächlich okay ja gut dann werden wir das einmal alles hier im topf auf das riecht wirklich sehr gut so ist der koch profi das muss man rauskippen hier ist noch ein kleines fleisch drin echt noch mal raus ich will oder nie ist keine fleischung auch drei stücke oder ja wir haben keine mehr glaube ich oder doch alles alle doch ja aber ich habe es reich das macht wir halten ja lange das heißt das können wir dann wieder irgendwann mal essen das ist ja auch schon alles fast fertig ich habe dann doch noch mal die beiden rinder rouladen ausgepackt weil ich ganz gerne wissen möchte wie das schmeckt und das riecht schon mal ganz gut ja beides geht nach es dann können wir mal gucken was papa dazu sagt das riecht so gut noch findest du nicht richtig gut also ich würde sagen wir decken jetzt einmal mit reis aber auch das passt auch perfekt also ich würde sagen wir werden jetzt einfach alles auf dem probieren aber für einen kleinen löffel nehmen der darf nicht wieder rein probier mal ich habe das schon mal ganz gut ist aber heiß muss aufpassen und lecker okay also ich würde sagen wir decken tisch und dann rufen mir papa mal gleich ich stelle einfach alles so ich hier hin und dann gucken wir gleich mal was er zu deiner überraschung sorgt probierst du noch mehr wir wollen doch jetzt essen wir wollen doch essen und lecker super ja jetzt im papa aber muss die augen zu machen wenn er herkommt papa wir haben die überraschung für dich aber augen zu glaube ich mir ja mit nase zu kommen augen zu ich mach zu ok und jetzt so und jetzt komm ich guck einfach nach unten her du willst dich auf deinen platz hier auf deinen platz setzen und jetzt und auch immer noch zu und das liegt ja wie im restaurant ja auch immer noch zu ehrlich das riecht total lecker was habt ihr gemacht und augen auf das kann es wohl kaum sein oder ich muss kurz mal die kamera nehmen also erst hat mich hier ja wohl scheinbar irgendwie schwer überrascht weiß nicht was das jetzt ist ja jetzt weiß ich wieder was das ist ich weiß habt ihr diese sachen von sicher stadt gemacht diese leckeren tüten das braucht immer noch nur ins wasserbad zu legen oder wir haben das diesmal ein bisschen anders gemacht wir haben wir haben den reis angebraten und wir haben das fleisch ganz normal in der fange guten appetit lecker lecker ich habe schon probiert das schmeckt sehr gut es gibt hier noch eine rinder roulade sonst noch gleich zu probieren also was ist das denn irgendwas in ramsauce lendenbraten in ramsauce ok also damit ich jetzt hier nicht so viel schmatzen also schmatzen kann ich ja ruhig aber damit ich das nicht aufnehmen muss jetzt mal die creme weg legen wir machen alles im air guten appetit es hat schon probiert er sagte das schmeckt mir sehr gut nachdem es jetzt gesagt hat dass das total gut schmeckt ich habe ja nun hier auch meine ersten löffelchen hinter mir wir sind schon gleich fertig ich muss sagen das ist echt genial und dass sogar du davon begeistert bist innerhalb von fünf minuten fertiges essen mittagessen jetzt wollen wir erst drei minuten in drei langen also das ging richtig schnell so jetzt hat länger gedauert guten appetit und jetzt kommen wir zu diesem prachtstück hier ich glaube ich habe ich glaube heute ich schleppe ich das einfach nur mal in die garage und dann baue ich das irgendwann mal an ich hab da irgendwie heute kein bock mehr drauf oder doch doch eigentlich habe ich bock da drauf aber wenn ich das dann dran habe dann will ich auch gleich ein fahrrad drauf stellen und auch gleich los und dafür ist das wetter echt ätzend ne regnet kalt und ungemütlich erstmal in die garage ja und dann schauen wir mal weiter ach man jetzt bin ich im badezimmer mit gerade die hände gewaschen macht man ja so ne man kommt rein von draußen wäscht sich jetzt mal die hände was fällt mir denn ein ich habe noch das oder tuch um hier mein gesichtsschutz das ist ja jetzt voller viren und wenn ich das jetzt wieder anfassen können wir gleich wieder die hände waschen ne oder ist das vielleicht auch nicht voller viren ich hatte es ja gestern schon mal auf und dann habe ich wieder gewaschen hier in heißem wasser und es ist wenn man nun mal wüsste wirklich wüsste dass das auch sinn macht oder ob man hier nur irgendwas macht weil der staat das also die regierung das sagt und das ist völlige kukulores hier also ich weiß es nicht also nochmal hände erst mal das ding ab hier so das muss dann gewaschen werden die werden müssen raus gewaschen werden oder im backofen bei 60 grad habe ich auch gehört 20 grad ne 20 minuten bei 60 grad im backofen wahrscheinlich verbrennt das nagel und seugs denn na gut also jetzt ein paar hände waschen und dann ist hier feierabend für heute